Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist Why is it cool und wir nähern uns tatsächlich dem Ende der Reihe zu den Necrons. Ich habe mir ein besonderes Schmankerl, würde ich fast sagen, oder einen der wichtigsten Figuren im Kontext Necrons für soweit am Ende aufgehoben, nämlich den Silent King Sarek, den obersten Herrscher der Necrons. Wir gucken uns die Figuren ein bisschen an, gucken uns seine Vorgeschichte an, auch sein im weitesten Sinne gefasst auch Scheitern, und das machen das Thema seiner Rückkehr auf. Dafür müssen wir uns aber vorher ganz kurz als Exkurs anschauen, wie die Necrons, bzw. die Necrontür zu Lebzeiten, was für eine Herrschaftsstruktur die hatten. Natürlich gibt es diese ganzen Dynastien, die untereinander teilweise verfeindet sind, die in Konkurrenz miteinander stehen, das ganze Spielchen, aber die Necrons werden grundsätzlich von der Triarchie beherrscht. Das bedeutet, das ist ein dreiköpfiger Rat, so ein Herrscherrat, der von einem sogenannten Silent King, also einem stillen König, geführt wird. Ein stiller König nicht deswegen, weil der nicht redet, sondern weil er von seinen Untergebenen, von den Dynastien, von normalen Necrontüren nie direkt angesprochen wird, sondern immer durch die anderen beiden Triarchen mit Herrschern, mit Persönlichkeiten und seinen Bittstellern und ähnlichem kommuniziert. Das ist zumindest der Ursprung der ganzen Nummer. In der Theorie ist die Position des Silent Kings eine erbliche Position. Die Necrontür waren aber aufgrund der Umwelteinflüsse, Strahlungsschienen etc. so kurzlebig, dass eigentlich nie sichergestellt werden konnte, dass wirklich immer die richtige Blutlinie diesen Thron einnimmt. Deswegen hat die Position des Silent King noch mit schöner Regelmäßigkeit gewechselt. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Ketanen auf die Necrontür treffen, ist Sarek der Silent King. Und er leidet im Grunde genommen unter den selben Faktoren wie seine Vorgänger. Er sieht natürlich auch sein Volk sterben, er sieht die Schwächen und das Leid, die Strahlungsschäden, die als Kinder Sterbenden nachkommen, die vielen Totgeburten. Und sieht natürlich, dass sein Volk gleichzeitig noch diesen Krieg gegen die Old Ones, gegen die Uralten führen muss oder führen will. Und dabei ist zu verlieren. Und dann tauchen die Ketanen auf. Es ist nicht hundertprozentig klar, wie der Kontakt zustande kommt. Die einen Aufzeichnungen behaupten, dass eine Sonde einfach Ketanen in der Nähe einer Sonne und eines Sternensystems gefunden hat und dadurch der Kontakt entstanden ist. Andere behaupten, dass die Ketanen vom ungefilterten Hass auf die Old Ones, der von den Necrontür empfunden wurde, angezogen worden sind, weil dieser Hass mehr oder weniger ins Universum, in die Galaxis hinausgeschrien worden ist. Aber was nun stimmt, ist unklar. Das geben auch die Necron-Aufzeichnungen nicht wirklich hier, das zu erklären. Und dann tauchen diese Ketanen auf und bieten Sadek etwas an, was nach der Lösung für seine Probleme aussieht. Sie bieten ihm und seinem Volk Unsterblichkeit an. Körper, die nicht mehr von Sonnenstrahlung und von Umwelteinflüssen geschädigt werden können, die ewig leben werden und die dem Volk der Necrontür eine neue Zukunft bietet. Und Sadek in seiner Verzweiflung, sein Volk zu retten, stimmt zu. Geht davon aus, obwohl er es besser wissen müsste, dass die Ketanen ehrlich sind, dass sie eigentlich nur Verbündete für den Krieg gegen die Old Ones haben wollen und deswegen so freigiebig sind, weil sie alleine nicht gewinnen können. Daraufhin werden die sogenannten Bio-Furnaces, also so eine Art riesige Schmelzöfen errichtet, in denen die Körper der sterblichen Necrontür vernichtet werden, ihr Bewusstsein in Maschinenkörper übertragen wird und um die mehr oder weniger Schornsteine Schlote über diesen Bio-Furnaces sammeln sich Ketanen und laben sich an der Lebensenergie und dem, was den Necrontür da genommen wird und werden dadurch stärker. Und auch Sadek ist so ziemlich der Letzte, der diesen Prozess durchläuft. Er durchläuft ihn freiwillig und als er wieder zum Bewusstsein kommt in seinem neuen Körper, stellt er fest, dieser Körper ist unglaublich widerstandsfähig, ist viel mächtiger als sein sterblicher, biologischer Körper, aber es fehlt etwas. Er hat das Gefühl, in sich ein Loch zu haben, eine Lücke zu haben, ein Teil seiner selbst fehlt. Und er realisiert, dass der Preis für die Unsterblichkeit seines Volkes die Seelen seines Volkes sind, dass die Ketanen ihn betrogen haben und dass sie sich die Seelen der Necrontür einverleibt haben, um an Macht zu gewinnen und ihren Krieg gegen die Old Ones führen zu können. Soweit erstmal diese Vorgeschichte, was da läuft. Der Krieg gegen die Old Ones wird gewonnen, die Necrons mit ihrer neu gewonnenen Macht in Zusammenarbeit mit den Ketanen vertreiben, vertreiben die Old Ones, können sie am Ende vernichten. Und dann am Höhepunkt dieses Krieges, am Siegpunkt dieses Krieges, die Ketanen haben gewonnen, haben aber in diesem Krieg selber federn lassen müssen, führt Sarek sein Volk in die Rebellion gegen die Old Ones. Und er weiß genau, er kann diese Old Ones nicht, äh Quatsch, nicht gegen die Old Ones, sondern natürlich gegen die Ketanen. Und er weiß, vernichten wird nicht klappen, dafür sind diese Wesen zu groß, zu mächtig, zu sehr in dieser Galaxis Teil eines Ganzen. Aber was er tun kann, ist, sie in Stücke schlagen, in tausende Splitter und jeden dieser Splitter in einen Tesserakt einsperren, so eine Art Paralleldimensionsgefängnis, so eine Art Taschendimension, sodass sie seinen Gefolgen nicht mehr gefährden können. Er erwischt nicht jeden Splitter, manche Splitter werden einfach über die Galaxis verstreut, sodass er sie nicht finden kann. Und nach diesen Ereignissen sieht Sarek aber, dass sein Volk eine Ruhepause braucht, dass sie sich zurückziehen müssen, dass auch sie geschwächt sind durch diesen Krieg und dass die Eldari, eines der Dienervölker der Old Ones, das im Aufstieg befindliche Volk ist, dass sie sein werden, die die Galaxis formen für die nächste Zeit und dass die Necrons abwarten müssen und sich Zeit lassen müssen, um zu reagieren. Und so weist er sein Volk an, sich schlafen zu legen, auf ihren Gruftwelten für 60 Millionen Jahre. Und die Necrons gehorchen ihm, teils aus freiem Willen, teils aber auch, weil Sarek derjenige ist, der die komplette Kontrolle über die Necrons hat. Teil des Deals sind nämlich sogenannte Befehlsprotokolle. Das bedeutet, in der Umwandlung in den Biofurnaces werden jedem Necron Befehlsprotokolle einprogrammiert, die dafür sorgen, dass jeder Befehl des Silent King erfüllt werden muss, dass es keinen Widerspruch gibt. Und am Anfang ist Sarek da auch noch recht glücklich drüber, weil es einfach die üblichen Streitigkeiten zwischen den Dynastien einfach verhindert und man sich auf das gemeinsame Ziel konzentriert. Aber er stellt fest, dass das wie Sklaven fesseln sind, die sein Volk an ihn binden. Und als die Necrons sich schlafen legen und er einer der wenigen ist, die noch wach sind mit der Besatzung seines Flaggschiffs und ein paar Getreuen deaktiviert er die Befehlsprotokolle. Er sagt, ich entlasse mein Volk in die Freiheit, auch wenn sie jetzt erst mal schlafen werden und ich gehe für das, was ich getan habe, ins Exil. Ich verlasse diese Galaxis. Und damit verschwindet Sarek für Jahrmillionen. Er ist wirklich lange weg. Im späten 41. Jahrtausend fangen die Necrons an, wieder aufzuwachen. Vorher gibt es zwei einzelne Welten, die wach werden. Das hat ich in einem anderen Video ja auch mal aufgegriffen. Aber in der Größenordnung, der das jetzt passiert, waren die Necrons 60 Millionen Jahre lang nicht in Erscheinung getreten. Und Sarek kehrt passenderweise zu diesem Zeitfenster auch zurück in die Milchstraße. Denn draußen in der Leere zwischen den Galaxien hat er die Schwarmflotten der Tyranniden entdeckt. Er hat gesehen, was sie sind. Er hat gesehen, was sie tun können. Er hat ihren unstillbaren Hunger gesehen. Und er hat begriffen, dass sie eine unglaubliche Bedrohung für die Galaxis sind. Und für die Necrons selber tatsächlich nur indirekt. Denn sie hoffen immer noch, einen Weg zu finden, biologische Körper zurückzukriegen. Und dabei die Vorteile, die Errungenschaften ihrer mechanischen Körper behalten zu können. Aber eine Galaxis, die leer gefressen ist von den Tyranniden, birgt auch keine Chance auf neue biologische Körper. Und das heißt, die Tyranniden müssen aufgehalten werden. Sarek kehrt zurück. Und er kommt inkognito zurück. Denn er will nicht, dass sein Volk sich ihm anschließt, nur aus einem gehorsamen Sinn heraus. Er will nicht das Risiko eingehen, dass sie Befehlsprotokolle offenbar unbeabsichtigt reaktiviert haben und sich ihm deswegen unterwerfen. Sondern er will, dass sie seinem Plan folgen, aus einer Überzeugung heraus. Egal wie zerstritten die Dynastien auch sein mögen. Und deswegen agiert er ganz, ganz häufig über Mittelsmänner, über Necron-Lords, die mit ihm ins Exil gegangen sind, die in seinem Namen handeln. Teilweise verändert er seinen Körper, seinen Maschinenkörper, um sich unkenntlich zu machen, um als jemand anders zu erscheinen, der er ist. Und so reist er von Gruftwelt zu Gruftwelt, versucht, die verschiedenen Dynastien zu wecken, seine Leute zurückzuholen in dieser Galaxis. In dieser Galaxis, die mehr Risiken für sein Volk birgt, als das nur die Tyranniden sind. Denn er begreift, dass das Imperium der Menschheit mit seiner Größe, mit seinem Ausbreitungsdruck, mit seiner Menge an Kämpfern genauso gefährlich für die Dynastien sein könnten, nur auf einer anderen Ebene. Und er begreift, dass die Anhänger des Chaos und die Chaosgötter für die Ziele seines Volkes genauso gefährlich sind wie die Tyranniden. Denn das Chaos vernichtet zwar keine Biomasse, aber das Chaos korrumpiert Biomasse in einer Art und Weise, die dafür sorgt, dass diese Körper für die Necrons in keinem Fall eine Chance bieten, nie wieder nutzbar sein werden. Das bedeutet, er hat begriffen, dass er sich diesen großen Bedrohungen stellen muss. Er sieht natürlich auch die anderen Völker der Galaxis, aber die sind kleinere Probleme. Die sind entweder dabei auszusterben, wie das jetzt zum Beispiel bei den Eldari ist. Er sieht die Orks, die eher ein lästiges Ärgernis sind, als ein langfristiges Risiko für ihn. Und er sieht natürlich die Tau, die gerade versuchen aufzustreben, die aber so klein und unbedeutend in den Augen der Necrons sind und so jung noch sind, dass sie ein Problem für später darstellen. Und so reist Sadek von Welt zu Welt, führt teilweise seine Truppen direkt in die Schlacht. Ihm steht natürlich auch die gesamte Macht seiner eigenen Dynastie zur Verfügung. Und er baut sich hier über die verschiedenen Necron-Welten, die er weckt, wieder eine Machtbasis auf. Und er hätte theoretisch die Möglichkeit, die Befehlsprotokolle wieder zu reaktivieren. Er hat sie zwar ausgeschaltet und die Verbindung gekappt, aber in der Theorie befindet sich in jedem Necron immer noch der Code für diese Protokolle. Und Sadek könnte sie wieder reaktivieren. Bisher entscheidet er sich dagegen, ist sogar hier und da gewillt, mit Fraktionen im 40k-Universum dieser Galaxis gemeinsam mit Sache zu machen. Es gibt diesen berüchtigten Vorfall, dass Blood Angels und Necron-Truppen des Silent King zusammen gegen Tyranniden kämpfen. Auch wenn das kein wirkliches Bündnis wird. Beide Seiten sind nach dem Kampf gegen die Necrons einfach so geschwächt, dass sie sich keinen Krieg gegeneinander weiter leisten können und ihrer Wege gehen. Und damit ist Sarek im Grunde genommen, er will der Erlöser seines Volkes sein. Er hat das beim ersten Mal vermasselt, das ist ihm bewusst. Aber dieses Gefühl, sein Volk retten zu müssen, diese Verantwortung zu tragen, das ist nicht weggegangen. Das hat er trotz des Verlustes seiner Seele behalten. Diese Notwendigkeit, dieses Bedürfnis und diese Verpflichtung als Herrscher ist ja etwas, das man fast mit dem Imperator vergleichen könnte, der eben auch die Menschheit als Ganzes retten will oder retten wollte. Und wo das einstige, aufstrebende Imperium jetzt eigentlich auf so einer Art Rückzugskampf ist. Die Necrons sind auch auf einer Art Rückzugskampf, denn viele ihrer Welten wurden zerstört. Viele Gruftwelten sind von jüngeren Völkern neu besiedelt worden. Es gibt diese neuen, großen Gefahren und ob die Necrons das gewinnen können, weiß, glaube ich, auch Sarek selber nicht. Das wird spannend. Ich hoffe, dass da noch mal weitere Romane kommen, die sich mit der Figur befassen und die sich mit diesem Konflikt, mit diesen Größeren, in denen die Necrons festhängen, befasst wird. Und dann schauen wir mal, wie da die Geschichte weitergeht. Eigentlich bietet das noch eine ganze Menge Potenzial, das bisher nicht ausgereizt worden ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn da mehr kommt. Necrons sind, das habe ich jetzt so im Rahmen meiner Recherche einfach lernen können, lernen müssen, wie auch immer man das nennen will, deutlich spannender, deutlich vielschichtiger, als es auf den ersten Blick aussieht, wenn man jetzt sagt, okay, Weltraum und Tote, ole ole. Das Strope erfüllen sie natürlich trotzdem, das ist auch okay, das macht sie ja auch so ein bisschen visuell attraktiv als Figuren im Spiel, aber sie bieten eben noch mal deutlich mehr an Hintergrundgeschichte und auch an Tragik als Volk, als Drama, als Rasse und als Fraktion in diesem Setting. Wie seht ihr das? Geht euch das ähnlich wie mir? Seht ihr das komplett anders? Gebt mir da gerne Rückmeldungen in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Abonnieren des Kanals mit gedrückter Glocke, damit ihr die anderen Videos, die wir rausbringen, auch mitbekommt. Ich wünsche euch noch viel Spaß, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.